Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön hast du wieder eingeschaltet. Heute mit einer Kappenfrisur und das hat seinen Grund. Alle, die heute nicht draussen waren, haben definitiv etwas verpasst. Warum ich das sage, das zeige ich dir jetzt. Ich wünsche dir viel Spass und ich nehme dich mit in die wunderschöne Natur von Baselbiet. Ich wünsche dir viel Spass. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020